vor mir oben drauf oder unten kommt jetzt hier hoch ja ist hier ich treffe nicht ein wortel hier ist der nächste verrückte hat da am rand was will er denn da werden sammeln da gibt es gute werden da ist er dienstmeiner der hat sich hingelegt aber ich kann ihn so schön ich sehe ihn nicht ja nun mach ich schieße extra was könntest du der war ich mal wo sein jetzt kannst du nicht machen ich bin leid tot ich habe jetzt schon ein bisschen schlüssel ab dass du mir die füße jetzt hier weg klopft naja los dann gammeln die ab die zweie und dann fummeln so wo ist er hier ach echt da war er hingekrochen wie du hast jetzt drei weg gemacht jetzt wäre doch hier hinterlagen nur zwei du hast weh gold und lila und bunt jetzt sogar zwei tassen gehabt und den feuerwerk ist noch hier und den feuerwerk und nun feuerwerk ich fand den feuerwerk schon sehr passend kann hier sagt glücklich hier kommt noch einer hinter der also hier lang also ich weiß auch nicht hier auf jeden fall ja ich höre auch in aber ich glaube der ist ein bisschen links ist der luft ne ist ein sender aber den könnt ihr ja gestellt haben und dann ist langsam wie sauerwerk ist da gut dann kann ich und essen das kann ich essen hier du kannst ja hier gleich so eine tasse auf den rauf kloppen wenn er noch hier ist ich pinge mal da nee das ist der ping warte ich pinge na wann denn entblick warte er ist da drin er ist weg gemacht oh die tasse rauf wollen wir mal genau gucken wo er ist hier ist er beim tresor dann genau hier in der mitte ja ich bin langsam wie sau da drüben ist er da wird diesmal helfen ich bin so langsam wo ist denn der jetzt ich denke der ist immer noch da der hat einen störsender eingefummelt wird ein fester störsender oder mobiler genau muss ja hier irgendwo sein ja los naja fester das ist ja blöd war mhm ich ping mal vielleicht ist er ja aus den ne 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 ich bin ja noch zu doller drin hm 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 gehabt, Schritte gehört. Ich dachte, du bist mitgelaufen. Nö. Ah ja, ey. Der ist da genau vor dir. Auf dem anderen Hügel. Der ist da drin runter. Mann. Ob das der letzte, ne? Ich bin weg. Ich bin so langsam. Oh Mann. Wissen? Nee. So viel geilen Scheiß. Der ist rechts und der immer noch auf dem Hügel. Was ist denn das für ein Fahnenkreuz gewesen jetzt gerade? Pass auf, der ist immer noch. Pass auf, der schmeißt. Meine normale Granate. Könnte ich auch. Na, mach mal. Oh. Naja, die kam nie bis dahin. Klinge kacke, ne? Bööö. Oh, jetzt. Oh, noch. Klappen. Yay. Ey, das ist aber die, das laufen. Du musst aber nochmal pingen, weil ich glaube es. Ja, das ist immer noch einer. Echt? Das wird ein Sender sein, ne? Ich muss nochmal gucken. Ja, wenn du das, der überlebt das doch nicht mit der Strengranate. Da geht es denn. Loote den, loote mich und dann... Viel Spaß. Ja, zwei. Ich küsse nicht mehr. Nein, ein Problem, man möchte kaum. So. Boah, da ist der da ausgerechnet in dem Busch noch. Ey, lootest du mich ja, Ani? Wo bist du denn? Na, äh, jetzt gerade zu hoch. Sag mal, wo kommt die Zone? Ich sag gerade zu hoch. Ich muss raus. Naja. Bin so langsam. Hast du keine Ode Club? Ich weiß nicht, ob ich ihn so vernommen hab. Ein Stück, aber... Da liege ich. Bye, bye. Da kommt der wahrscheinlich raus dann nach unten. Mal gucken. Vielleicht kommt der noch. Ich scanne gleich nochmal, wenn ich da bin. Mal gucken, ob sich der Punkt verändert. Das wird ja nicht überlebt haben schon, dein Ding ist da nicht. Ja, aber das ist immer noch markiert. Ja, weil es ein Sender ist vielleicht. Das wird er nicht überlebt haben. Weil es ein Sender ist. Da war das nur ein Sender oder hat er nicht überlebt? Nein, ich meine, hat er nicht überlebt. Dann wird es ein Sender sein. Ach, Mann. Ach, bleib still. Du mit deinen komischen Waschbären. Nicht-Waschbären, Schneebären und Jogi-Jogi-Dings-Bumsbär. So. Nein! Ich drücke noch und sehe und denke, da liegt was. Kontakt-Bombe. Ed, hattest du lange nicht, ne? Er ist denn so gemein und legt das Ding da hin. Mhm. Vielen Dank.